Und das ist das Quartett. Gratulation, überragende Leistung. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Sie hat es wirklich perfekt gemacht. Wusste, ich muss schießen und da freut es sich zu retten. Sehr gute Position für Deutschland. Jawohl, so jubelt ein Weltmeister. Ja, er schafft es. Fliegt jetzt Carina, fliegt jetzt! Und jetzt leuchtet die 1! Die letzten zweieinhalb Kilometer. Zwei deutsche Frauen mit dabei. Mit Johannes Ritzek und mit Erik Frenzel. Er holt Gold. Gold für Deutschland! Felix im Glück, kann man da nur sagen. Gratulation. Meckereinen fliegt heran. Also, Respekt. Großen Respekt für diese Leistung. Aufgesetzt! Die Technik funktioniert bei Richard Freitag. Es ist Gold. Gold für Deutschland. Ist das ein Tag für den deutschen G-Verband. She love goods. Frenzel ist schon wieder auf der kleinen Kuppe, diesem Hufeisen. Johannes Ritzek, einmal Gold hast du schon. Hol uns das zweite. Wir wissen alle, dass es verdammt schwer wird. Doppelweltmeister. Was für eine tolle Leistung!